Hallo meine Lieben, also ich muss euch was erzählen, das liegt mir seit gestern echt auf dem Herzen. Eine mehr oder weniger Bekannte hat mich gestern angerufen und sagt zu mir, du, so aus dem Nichts heraus, ich wusste gar nicht was los ist, du pass mal auf, kann ich mit dir kurz reden, du bist eine unbeteiligte Dritte. Ich sag, ja klar, man hat mir meine Freiheit genommen. Ich sag, wow, wer? Ja, die Bundesregierung. Ich sag, wie meinst du das? Ja, sie kommt mit der Situation nicht klar, es ist alles so grauenhaft. Und ich sag, wieso, du konntest doch raus jeden Tag. Ja, das meint sie nicht. Ich sag, was meinst du denn? Ja, sie hätte gerne, wäre sie gerne in Urlaub gefahren und das durfte sie nicht. Und ich sag, du pass mal auf, das ist eine Pandemie, das ist ja auch weltweit, das betrifft ja nicht nur die Bundesrepublik Deutschland. Also insofern, wir durften alle nicht in Urlaub fahren, das hat ja jeden betroffen. Ja, und das findet sie immer eine Unverschämtheit, dass man dagegen nichts gemacht hat. Ich sag, was hättest du dagegen gemacht? Ja, nein, und das ist ja, Corona ist ja nicht schlimmer als ein Schnupfen und das ist überhaupt nicht ansteckend. Das ist alles eine große Lüge. Ich sag, ach du Gott, dann red doch mal bitte mit den Leuten, deren Angehörige gerade auf den Intensiv um jeden Atem zu kriegen. Schau dir mal das Video an von der Nurse, von der Krankenschwester, die sich selbst beim Sterben gefilmt hat. 56 Jahre alt, der kleine neunjährige Junge, der neun Tage mit seiner Mutter im Krankenzimmer saß und um sein Leben gekämpft hat. Wenn du das denen erzählst, glaube ich, springen die mir mit einem klagten Arsch ins Gesicht. Naja gut, ich kann ja denken, was ich will. Ich sag, das tue ich auch. Und du kannst auch denken, was du willst. Also Freiheit. Kommen wir zurück zu deinem schönen Wort Freiheit. Ja, sie wäre gerne in Urlaub gefahren zu der Zeit, aber sie hätte ja nicht gedorft. Ich sag, wann gehst du normalerweise immer in Urlaub? Ja, Weihnachten und im Sommer. Ich sag, naja, wir haben Frühling. Ja, aber sie hätte ja gewollt und hätte nicht gekonnt. Vielleicht. Ich sag, findest du das nicht? Ja, man, auf höchstem Niveau. Zu Hause ist doch auch schön. Ja, und jetzt, ich sag, kannst du jetzt wieder in Urlaub fahren? Ja, aber nicht ins Ausland. Ich sag, ups, ja, dann machst du es halt in Deutschland. Deutschland ist wunderschön, sage ich aus Erfahrung. Ich war Tourneefahrer. Nein, die Kinder wollen nicht in Deutschland Urlaub machen. Wir haben immer im Ausland Urlaub gemacht, also musstest du jetzt auch wieder sein. Ich sag, dann fahr doch nach Italien. Die haben aufgemacht. Darfst du. Ja, Italien ist ja nicht sie. Sie möchte ja in die Karibik. Ich sag, oh, die werden dich nicht reinlassen, weil das sind kleine Inseln und die glauben an die Pandemie. Und die haben auch gar nicht die medizinische Versorgung. Solltest du dir nicht wünschen. Nein, also genau das ist ja alles hausgemacht. Ich sag, aha. Und überhaupt, sie hätte keinen Job mehr. Ja, ich sag, ja, das ist scheiße. Sie hat gekündigt. Ich sag, du hast gekündigt? Ja, also Homeoffice ist doch eine Zumutung. Ich, meine Halsschlagader, die ist schon richtig geploppt. Hazel, hör auf. Die hat schon richtig geploppert. Ja, ja, weil, also zwei Leute im Haus Homeoffice, das geht auf keinen Fall. Hätte sie nicht mitgemacht. Und überhaupt, eine solche Zumutung, dass die Kinder nicht in die Schule gehen konnten. Ich sag, wie viel hast du denn inzwischen? Ja, drei Stück. Die, grauenhaft, also mit ihren Kindern, das wäre so schlimm gewesen. Sie hat sich den ganzen Tag nur um die Kinder kümmern müssen. Ich sag, du, das ist so, wenn man Kinder hat. Hättest du es dir vorher überlegt? Hättest du keine gemacht? Hättest du das Problem jetzt nicht? Naja, aber ich sag, sag mir jetzt nicht, dass Kinder dazugehören. Da krieg ich einen Vogel. Nein, nein, das nicht, aber überhaupt und so. Und die werden so unverschämt. Ich sag, aber das liegt doch an dir, dass du sie nicht erzogen hast. Tja, das sind die Arschlöcher von morgen, kann ich dazu nur sagen. Ja, aber trotzdem und so. Und ihr Mann sitzt jetzt auch den ganzen Tag zu Hause. Und ihr Kindermädchen wäre nicht mehr gekommen. Ich sag, du, das ist aber jammern auf höchstem Niveau. Und putzen hättest du auch selber müssen. Ich sag, na, das ist ja noch schlimmer. Boah, stell dir mal vor, es gibt ganz viele Leute, die können sich gar keine Putzfrau leisten. Und auch kein Kindermädchen. Ja, aber das Schlimmste wäre das mit der Freiheit. Ich sag, jetzt erklär mir doch mal wirklich, was dich so nervt außer dem Urlaub. Ja, sie wäre ja sonst immer morgens mit ihren Freunden in den Shoppen gegangen. Ich sag, okay. Ging nicht, oder? Nee, fürchterlich. Wäre nicht gegangen. Ich sag, weißt du was? Es nervt. Du glaubst nicht an Corona? Nein, das ist doch noch nicht mal schlimmer als ein Schnupfen. Und ich sag, okay, du fühlst dich von der Bundesregierung beschissen, deiner Demokratie beraubt. Genau, das ist es. Sie ist der Demokratie beraubt. Ich sag, dann geh doch demonstrieren. Wie die anderen auch. Ich meine, man geht demonstrieren, weil man sagt, dass man der Demokratie beraubt wurde. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja, und ganz schlimm. Sie kann nicht zum Friseur und auch nicht mehr zum Nagelstudio. Ich sag, so, die haben das seit zwei Wochen auf. Du warst nicht mehr eingesperrt. Du konntest spazieren gehen. Frag mal die Leute, die lange Zeit in der Diktatur gelebt haben. Also ja, was ganz anderes. Was ganz anderes. Ich sag, weißt du was? Was ich bis jetzt höre, ist das egoistische Gelaber. Und warum gehst du nicht zum Friseur? Ja, da hat sie Angst, sich anzustecken. Das lasse ich jetzt mal kurz wirken. Ich habe sie von der Freundschaftsliste geschmissen und habe ihr gesagt, und ich möchte nicht mehr, dass du mich anrufst, denn ich befürchte, dass Blödheit ansteckend ist. Demut will gelernt sein. Jeder für jeden. Und ich möchte auch mal erzählen, wie es anders geht. Und hier in British Columbia ist keine Maskenpflicht. Trotzdem, ganz viele Leute tragen Maske. Wir sind wahnsinnig respektvoll zueinander. Wir haben im Durchschnitt 16 neue Fälle in ganz British Columbia. Im Moment liegen nur 40 Leute auf der Intensivstation. Weil sich jeder um jeden kümmert. Jeder hält Abstand. Jeder desinfiziert. Jeder macht. Jeder tut. Es wird garantiert, und da bin ich mir fast sicher, eine Freundin von mir, die hat ein Restaurant, die hat nicht aufgemacht. Und sie gesagt hat, ich bin mir sicher, die zweite Welle kommt. Wahrscheinlich dann sogar eine Doppelwelle. Und ich möchte das nicht riskieren. Kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube auch, dass eine Welle kommen wird. Nochmal. Das ist meine Meinung. Und haltet euch von solchen Leuten fern, die nur an sich denken und die nicht ein bisschen aus ihrer Komfortzone bereit sind, herauszukommen. Ich finde das extremst egoistisch. Jeder kann denken, was er will. Dafür ist eine Demokratie da. Man kann das auch laut sagen. Alles in Ordnung. Aber wegen Leuten wie dieser Frau, die überhaupt nicht einsichtig ist, sind andere gefährdet. Das ist nur meine Meinung. Kann man daraus machen, was man will. Und in diesem Sinne, jetzt zeige ich euch nochmal, wo ich hier sitze. Es ist nämlich wunderschön. Ich kann das immer noch nicht. Wer hat mir das gesagt? Wo soll ich da drauf drücken? Das geht nicht. Irgendeiner hat gesagt, das könnte man dann umswitchen. Tut's nicht. Ich zeige euch jetzt trotzdem, wo ich bin. Guckt mal. Ist das nicht schön hier? Ich bin ganz oben auf dem Berg. Und hier ist meine Hazy. Hazy, sag mal grüß Gott. Der geht's auch wieder gut. Also, das musste jetzt sein. Und ich habe mich auch mal ein bisschen gestern mit Freunden noch unterhalten. Und die haben gesagt, du pass auf, diese Anrufe hatten wir auch. Und dieses Problem haben ganz viele Leute. Ganz viele Leute. Also, der Freiheit beraubt ist immer noch was anderes. Ernsthaft. Ich würde mal sagen, Knast. Ich würde mal sagen, Knast. Vielen Dank.